So, moin moin aus Hamburg. Ich bin heute wieder auf meiner Order-Tour unterwegs, denn es ist schon wieder soweit. Herbst, Winter 2020 steht in der Order-Runde auf dem Plan. Und heute bin ich bei Timbaland hier in Hamburg in der Speicherstadt, in diesem unglaublich coolen Showroom. Harald und ich, wir haben uns schon... Moment, Harald, wo bist du? Warte mal eben Sekunde. Da ist Harald. Guten Morgen. Hallo. Boi, genau. Harald ist schon ganz fleißig dabei. Der sucht nämlich schon die ganzen Schuhe raus, beziehungsweise schreibt er schon die Mengen auf, die wir hier gerade ausgesucht haben. Also wir haben auch in diesem Herbst-Winter 2020 dann wieder richtig coole Modelle da. Also zum Beispiel Chelsea-Boots, da ist ja unglaublich nachgefragt worden. Habt ihr nicht auch mal einen Chelsea-Boots in Schwarz? Ja, haben wir demnächst dann also im Herbst-Winter auch in Schwarz und natürlich auch in einem supercoolen Braun. Also richtig Männer, die die Chelsea-Boots mögen, werden sich freuen. Endlich haben wir auch richtig coole Chelsea-Boots mit dabei. Was richtig cool ist, das sind auch, Moment, ich habe so eine Lampe hier im Hintergrund. So, Harald hat hier so unglaublich viel Licht unter der Decke. Das strahlt so manchmal ins Gesicht. So, hier sind auch noch so richtig coole, derbe Boots dabei. Also was richtig, richtig Klassisches eigentlich. Richtig klasse Schuh, gefällt mir sehr gut dabei. Aber auch so, ja, Sachen, die es immer mal wieder gibt oder so etwas. Das ist hier zum Beispiel der, ich komme mal bei den Namen, Killington Bradstreet, vergesse ich mal. Aber das ist Bradstreet hier, dieser hier. Der kriegt endlich mal ein neues Obermaterial drauf. Richtig cooler Schuh, Sensor-Flex-Sohle unten drunter. Super federleicht hier das ganze Ding. Also richtig klasse, das für 139,90. Also super Preis, kann man nicht meckern. Richtig klasse, aber die haben sich auch was Neues einfallen lassen bei Timbaland. Heißt ja nicht, dass die nichts machen oder so etwas. Nein, auch die haben, jetzt muss ich mal gucken, ich greife das hier einfach mal so über den Tisch hier ab. So, die haben, hier, da sind sie, Sneaker gebaut. Richtig coole Sneaker haben die gemacht. Finde ich richtig klasse. Die kommen dann auch schon im, was hast du gesagt, Harald, wann kommen die? Ende Juli. Ende Juli kommen die. Also von daher ist so ein bisschen früher, so für den Übergangszeit, also noch das passende wirklich für den Sommerurlaub. Einen richtig coolen Timbaland Sneaker für den Sommer. Richtig cool. Gibt es natürlich auch in einem richtig schicken Schwarz. Was ich hier übrigens richtig cool finde auf der anderen Seite, da ist so ein bisschen orange drunter, setzt das Ganze nochmal ab. Also richtig cool. Also da freue ich mich richtig drauf. Super Schuhe kosten, glaube ich, 99,99 Euro, in Übergrößen vielleicht ein Fünfer mehr oder so etwas. Mal nochmal gucken, weiß ich jetzt nicht gerade genau, aber ich glaube, 99,99 Euro ist dann nachher schon der Endpreis dafür. Also das ist ein richtig super Preis für einen echten Timbaland Schuh. Von daher, ich freue mich drauf. Eine richtig tolle Kollektion, wird richtig super werden in diesem Herbst, Winter, beziehungsweise ab Sommer dann ja schon bei uns. Von daher, ich ordere jetzt hier noch ein bisschen weiter und wünsche allen noch einen schönen Tag. Bis dann. Ciao.